Vielen Dank an Tobias Albert und das Team vom Scandic Hamburg Empore für unsere Nominierung. Wir gehen jetzt gleich nach draußen und bauen uns eine Mischung aus Eimern und Truhen auf. Die roten Boxen dienen dazu, dass wir hinterher kein Wasser verschwenden. Also wir werden jeden Liter Wasser, den wir auffangen, auch wieder zum Blumengießen benutzen. Wir nehmen die Herausforderung an und die Nominierungen würden aber dennoch im Nachgang gerne unsere Teile dazu beitragen und spenden. Vielen Dank! Olli, die Fühne gehört dir! Und Go! So, weiter! Weiter! Sehr gut! So, die Durchblutung funktioniert wieder. Wir würden gerne Lars Meyer von Preventers Hamburg nominieren. Wir möchten uns bedanken beim Steigenberger am Kanzleramt für dieses tolle Interview unter AHGZ und nominieren dafür Dorsten Schulze und unserem CEO Frank Fiskers. I'm sorry, Frank Ross. Hier seid ihr! Nichts wird verschwenden. Aleks día en de la Día 2 súper Sweet. À Map例. A unión de la Día 3 1 1 4